Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ja, ihr seht, ich bin wieder zu Hause angekommen, gleiches Office wieder. Ist auch wieder schön, sag ich mal, einen großen Bildschirm hier vor der Nase liegen zu haben. Gestern gab es kein Update-Video, es ist ja auch überhaupt nichts passiert, deswegen ist mir das ganz gut gelegen gekommen, sag ich mal. Aber ich war gestern auch sowieso den ganzen Tag unterwegs, Heimflug oder Rückflug besser gesagt, dann noch Heimfahrt und so. Aber gut, ist nichts passiert. Deswegen schauen wir uns einfach jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf, was uns jetzt noch erwarten könnte. Ansonsten, wenn euch das Video auf jeden Fall dann gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir starten jetzt sofort los. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 40.400 US-Dollar. Wenig Bewegung in den Märkten, man merkt, es ist Ostern. Trotzdem habe ich ein bisschen mit ein bisschen mehr Volatilität, ehrlich gesagt, gerechnet. Aber gut, kann auch kommen, wir haben erst Samstag, wir haben noch, ich sage jetzt mal, zwei, drei Tage vor uns mit ein bisschen Volatilität, sag ich mal, wo kommen könnte. Was momentan am offensichtlichsten ist, also wir haben Probleme hier mit den vier Stunden E-Mail-Ribbons, um es auf jeden Fall da nachhaltig drüber zu kommen. Wir hatten hier noch unsere ehemalige Widerstandslinie. Die haben wir jetzt nochmal geretestet. Plus, hier unten liegt ja weiterhin unser Golden Pocket und dieser Monats-S1. Was aber auch noch ein bisschen offensichtlicher ist, sage ich mal, ist dieses schöne W-Pattern, wobei es jetzt nicht wunderschön ist. Aber gut, stellen wir jetzt mal dahin, was jetzt, sage ich mal, in den nächsten Stunden vielleicht im Laufe des Tages auch noch ein bisschen weiter nach oben steigen könnte. Volumen, absolut Mangelware, aber gut, darauf wollen wir jetzt mal weniger achten. Aber dieses W-Pattern, was mir jetzt momentan hier einfach nicht gefällt an dieser Struktur, wir haben einfach noch ein 7i-Gap bei ungefähr 38.800 US-Dollar. Das heißt, es könnten sich viele hier dann freuen, ja, okay, wir gehen jetzt hier ins W-Pattern. Wir haben dann hier oben ungefähr Preisziel 42.000, 42.300 US-Dollar, wo diese nächste 4 Stunden Supply liegt, beziehungsweise sogar noch ein bisschen höher, bei ungefähr 43K liegt ja auch unser 200er SMA, 200er EMA. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass wir einfach hier ausbrechen aus diesen W-Pattern, grundsätzlich ein bullisches Chart-Pattern, sage ich mal. Wir schauen uns das mal ganz kurz das Preisziel an. Würde dann auch ungefähr passen hier oben mit diesen 200er SMA. Das heißt, jeder wäre bullisch gestimmt, wir steigen einfach hier hoch, kriegen dann nochmal Rejecture an unserem ehemaligen U-Pattern rein und fallen dann doch nochmal runter in dieses Golden Pocket. Also ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass wir hier wirklich nochmal runterkommen, beziehungsweise diesen Monats-S1 weiterhin testen. Worst Case, weil jeder sieht, wir gucken uns das gleich nochmal auf den Daily an, ist für mich weiterhin hier diese 37.000 US-Dollar, maximal so Max Payne, sage ich mal 36.800 rum, weil hier unten einfach dieser U-Pattern liegt, den wir gebildet haben mit diesen zwei Wicks hier unten. Das ist für mich jetzt momentan erstmal immer noch im Kopf, beziehungsweise möchte ich es einfach nicht ausschließen. Heißt, erstmal Plan, wir gehen hier wirklich hoch in Richtung 43k, ist nicht ausgeschlossen. Hier oben ist eine Menge, Menge Widerstand, sage ich mal, durch diese Abtrend 200er, SMA 200er, EMA, kriegen dann nochmal einen Rücksetzer. Dann ist es fraglich, ob hier wirklich nochmal dieser Support vom Golden Pocket hält, weil wir hier ewig lange jetzt schon konsolidieren und immer wieder angetestet haben. und dann Worst Case, diese 36.800 beziehungsweise 37.000 US-Dollar. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz den Daily Chart an, weil hier auch jeder momentan von dieser riesigen Bärfleck spricht. Also man hört überall auf YouTube, ja, riesiger Crash kommt, was weiß ich was. Darauf gebe ich ehrlich gesagt nichts, aber diese Bärfleck ist relativ interessant. Wir konsolidieren jetzt da schon ewig und was ich mir halt sehr gut vorstellen kann, jeder hat diese Bärfleck auf dem Schirm, jeder wartet nur drauf, bricht sie nach oben aus, bricht sie nach unten aus. Sollten wir jetzt, weil die Neckline hier ein bisschen anders ist, sage ich mal, also viele ziehen das ja hier so an, dann wäre die Neckline hier dieses Golden Pocket. So, darauf müssen wir halt jetzt mal ein bisschen aufpassen, sage ich mal. Sobald wir hier drunter brechen, halte ich es wirklich für möglich. Wir kriegen unser Fakeout in Richtung hier 37, 36, 8. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um jeden nochmal bearish zu stimmen, jeden in irgendwelche Short-Positionen reinzuknallen. Kann ich mir sogar sehr gut am Wochenende jetzt vorstellen, um dann diese V-Shape Recovery zu bekommen und dann wirklich oben hin nach Bullish, sage ich mal, auszubrechen. Also das ist so momentan die Sachen, die ich ein bisschen im Kopf habe, beziehungsweise wo ich mir am meisten vorstellen kann. Also ich bin weiterhin so ein bisschen neutral gehalten. Ich sehe das alles momentan noch überhaupt nicht Bullish. Einerseits wegen dem Osterwochenende, also wegen dem verlängerten Wochenende. Andererseits, weil wir kaum wirkliche Impulse kriegen. Klar, es ist Wochenende, Ostern. Wir kriegen auch generell wenig Impulse. Volumenmangelware. RSI hat sich deutlich abgekühlt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Trotzdem, so ein letzter, ich sag mal, so ein letztes Fake-Out nach unten hin, würde ich einfach nicht abstreiten. Beziehungsweise halte ich weiterhin für möglich. Vor allem hier unten am 0,786er würde auch bei ungefähr 37.000 US-Dollar liegen. Also da kommt schon wieder eine Menge zusammen. Deswegen, ich möchte es sich ausschließen. Sollte das Golden Pocket natürlich halten. Und wir brechen nachhaltig, sage ich mal, die 43K. Ja, hier oben liegen auch mittlerweile die Daily E-Mail Ribs, die jetzt wieder bearish geflippt sind. Also auch kein gutes Zeichen, erst einmal. Sollten wir da nachhaltig drüber kommen, sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Trotzdem, momentan, sage ich mal, die Illiquidität da oben, also die ineffiziente Markt, wurde noch nicht wirklich rausgenommen, sage ich mal, in diesem Bereich. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch Luft bis 42,5, um diese Marke rauszunehmen und dann wirklich nochmal ein Turnaround nach unten hin zu bekommen. Das ist so das, was ich jetzt vor allem die nächsten Tage sehe, beziehungsweise jetzt über das Wochenende. Das müssen wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Aber Preisziel vom W würde natürlich viele wieder long switchen. Da oben dann die ganze Resistance einfach noch, die dazu noch kommt. Dann dieser Turnaround und dann vielleicht in der neuen Woche einen neuen Anlauf starten. Kann ich mir momentan am meisten vorstellen. Schauen wir uns Ethereum an. Ethereum, gleiches Beispiel. Wir haben ja die ganze Zeit darüber geredet, Ethereum hat ein bisschen stärker gezeigt als Bitcoin. Haben wir auch bei diesem Pump, ehrlich gesagt gesehen, war ein bisschen prozentual mehr. Wir sind ein bisschen höher gekommen. Aber jetzt auch hier gleiches Bild. Also wir versuchen hier weiterhin höhere Tiefs zu bilden. Und auch dieses schöne W-Pattern. Das ist halt so offensichtlich. Also ihr wisst da, was ich meine. Und wir haben halt hier auch noch in diesem Bereich hier, seht ihr ganz gut, noch ein kleines Void. Plus in diesem Bereich auch noch ein kleines Void, was nicht wirklich ganz geschlossen wurde. Das heißt, wir haben hier nach oben hin auf jeden Fall noch ein paar Lücken zu füllen. Heißt, wir könnten auch hier schön dieses W-Pattern bilden und dann hier hoch in diese 4 Stunden Supply bei ungefähr 3.300 US-Dollar gehen. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Auch hier gucken wir uns einfach mal ganz kurz das Preisziel an. Ein bisschen passiver gestaltet, ob das wirklich passen würde, weil lieber ein bisschen passiver. Und da sehen wir auch, es würde perfekt in diese 4 Stunden Supply-Zone hineinpassen. Also schreite das mal nicht ab. Wäre möglich im Laufe des Tages wirklich dieses W-Pattern zu bilden. Dann nochmal einen Retest zu machen, hoch in diese 4 Stunden Supply. Turnaround hier in das Golden Pocket rein bei ungefähr 2.800 US-Dollar. Würde bei Bitcoin auch, sage ich mal, ungefähr diese 37.000 US-Dollar-Marke bedeuten. Vielleicht noch ein Wig tiefer, ein kurzer Wig. Um dann eine V-Shape-Recovery zu machen und dann vielleicht in einer neuen Woche nach oben hin zu steigen. Also das sind so momentan die Wege, die ich mir gestern mal ein bisschen Gedanken gemacht habe, die ich einfach momentan für wahrscheinlicher halte. Also ich bin nicht dafür, dass wir jetzt gleich hier wieder Richtung 46, 47K gehen. Sehe ich momentan ehrlich gesagt nicht. Ich bin da vielleicht ein bisschen bearish eingestimmt, aber ihr könnt mich lieber ein bisschen runterfahren und nicht gleich wieder die nächste Welle mit reiten. Außerdem haben wir ja auch noch so einen kleinen Up-Down-Trend, den wir auch noch im Auge behalten müssen, wo wir jetzt auch nochmal rejected worden sind. Also es wird wichtig, diesen Downtrend zu brechen, dann die Neckline von diesen W-Pattern, sage ich mal, nach oben hin ausbrechen, dann Turnaround. Also ich würde hier nicht mit zu großen Long-Positionen, sage ich mal, reingehen, dann relativ flotten Stop-Loss auf Entry machen, wer das dann traden möchte, sage ich mal, oder da reingeht und dann wirklich abwarten. Also ich bin, wie gesagt, momentan eher Seitenlinien, ein bisschen aufpassen hier. Ansonsten Cardano pendelt hier auch ums Golden Pocket, auch hier überhaupt keine Impulse momentan. Klar, wir bilden hier höhere hoch, sage ich mal, auch im RSI, der Trend, sage ich mal, ist intakt. Aber auch hier sehen wir diese Ineffizienz. Also hier dieses Void wieder in diesem Bereich bis ungefähr 1,01 Dollar. Das heißt, auch hier könnte ich mir nochmal einen schnellen Wig nach oben hin vorstellen, maximal sogar hier bis in den Bereich von 1,06 Dollar. Aber das wird dann schon wieder eng, sage ich mal, das wäre schon ein ordentlicher Impuls nach oben, den wir da bräuchten. Deswegen erstmal erster Step, ungefähr 1,01 Dollar. Schaffen wir es da relativ flott drüber, ist hier wirklich die 1,05-Marke drin und dann vielleicht auch hier nochmal so eine kleine Down-Phase, bevor wir dann in der nächsten Woche wirklich nochmal nach oben gehen. Also es ändert sich relativ viel, deswegen gestern war es dann, glaube ich, auch nicht so schlimm, dass ich kein Video gemacht habe. Luna, gleiches Spiel hier, haben wir das sogar gesehen. Rejected am Monats S1, also auch hier weiterhin die Möglichkeit, dass wir nochmal in dem Bereich von 76 US-Dollar sehen, ist nicht ausgeschlossen, ganz ehrlich. Einfach um hier auch nochmal dieses Void, das haben wir ja im Livestream besprochen, dass wir das einfach nochmal füllen könnten. Halte ich nicht für unwahrscheinlich, deswegen auch hier im Blick behalten, auch hier für 4 Stunden RSI weiterhin im Downtrend nochmal Rejection reinbekommen. Aber das sollte es dann auch erstmal gewesen sein. Schauen wir uns doch ganz kurz XRP an. Nachdem wir hier einen Pump gesehen haben, ändert das jetzt eher so einen kleinen Doppeltop, also auch hier ein bisschen aufpassen, Volumen deutlich abnehmend. Gleiches Spiel wie eigentlich überall. Wir hatten die ganze Zeit Voids nach oben hin, hier haben wir es nach unten hin, also ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Bereich bis 0,73 US-Dollar nochmal gefüllt wird. Diese Illiquidität hier wird gut und gerne von den großen Fischen nochmal aufgefangen. Das heißt, sobald wir hier wahrscheinlich um den Bereich von, wo haben wir es denn, 0,76 Dollar runterfallen, geht es relativ flott nach unten und dann diesen Bereich im Auge behalten. Hier vielleicht mögliche neue Long-Orders rein, aber lasst euch hier nicht racken. Passt lieber auf, macht lieber hier unten erstmal eine Long-Position auf und baut sie euch dann langsam auf, weil wir eben immer noch davon ausgehen müssen, und das BTC nochmal einen Gang tiefer schaltet. Gut, das soll es gewesen sein. Wenn ihr irgendwelche Altkönnenwünsche habt, schreibt sie jetzt auf jeden Fall gerne in die Kommentare rein, dann gucke ich es mir morgen genauer an. Ich habe jetzt einfach noch nicht die Zeit dazu gehabt. Ich habe noch zwei, drei Wünsche offen. Ich weiß, ich habe es nicht vergessen. Schreibt trotzdem unten in die Kommentare rein, damit ich es nicht vergesse. Dann gucke ich mir das heute im Laufe des Tages an für das morgige Video. Ansonsten, kurze News, also hier Osterspecial-Rabatt. Wer gucken will, auf jeden Fall, schaut bei CryptoGuru vorbei. Und dann gucken wir uns auch ganz kurz die News an. Elon Musk will Twitter kaufen. Ist ja nichts Neues. Meine Meinung dazu, es wird abgelehnt. Er verkauft seine kompletten Anteile. Twitter holt da ein bisschen rum. Twitter macht einen Haufen Verlust. Elon macht sich die Taschen voll, erhöht nochmal sein Angebot und kauft es dann komplett. Das sind so momentan die Sachen, die ich mir vorstelle. Wird ja ein bisschen kritisch gesehen, wobei ich das echt sage, ganz ehrlich, der soll das Ding übernehmen, soll das Ganze dezentral machen und gut ist. Aber gut, soviel zu meiner bescheidenen Meinung. Wir hören uns auf jeden Fall dann morgen wieder, würde ich sagen. Wünsche euch auf jeden Fall schöne Ostertage noch mit eurer Family. Morgen kommt ganz normal ein Update-Video. Freue ich mich drauf. Ansonsten, lasst es euch gut gehen. Sucht ein paar Eier oder sonst irgendwas draußen mit eurer Family oder keine Ahnung, macht einfach irgendwas. Wünsche euch einen schönen, angenehmen Nachmittag oder beziehungsweise morgen noch. Hört uns morgen wieder und wie immer. Stay Crypto. Ciao.